Willkommen zum Video des Automagazins TuningBlog. Heute zum spannenden Thema der kommenden Elektro-SUVs Mahindra XCV9E und B6E. Beide Modelle wurden kürzlich angeteasert und jetzt haben wir erste Einblicke in ihr Innenraumdesign erhalten. Das Highlight. Der XCV9E begeistert einen beeindruckenden Triple-Screen-Setup, während der B6E auf ein elegantes Design mit zwei integrierten Bildschirmen setzt. Mahindra hat mit XCV und BE zwei neue Submarken für ihre zukünftigen Elektroautos eingeführt. Die BE-Modelle werden vollständig neu entwickelte Elektrofahrzeuge sein, während die XCV-Serie auf bestehenden Modellen mit Verbrennungsmotor basiert. Beide SUVs werden auf der neuen Inglow-Plattform von Mahindra gebaut, die eine moderne Basis für innovative Technologien und leistungsstarke Antriebe darstellt. Die Ausstattung der beiden Fahrzeuge lässt kaum Wünsche offen. Von einer Multi-Zone-Klima-Automatik über kabelloses Laden für Smartphones bis hin zu einem Premium-Audiosystem – Komfort wird hier großgeschrieben. Auch in puncto Sicherheit glänzen beide Modelle mit serienmäßigen 6 Airbags und Level-2-Adas-Funktionen. Was die Preise betrifft, könnte der Mahindra X11 9e ab umgerechnet rund 40.500 Euro exklusive Steuern starten, während der BE-6e für ca. 25.500 Euro erhältlich sein dürfte. Die offiziellen Vorstellungen der Fahrzeuge finden am 26. November statt. Ein Datum, das Fans moderner Elektromobilität nicht verpassen sollten. Wenn dir das Video ein paar Fragen zu den beeindruckenden Features der Mahindra X11 9e und BE-6e beantwortet hat, lass gerne ein Abo da, um keine spannenden Updates mehr zu verpassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017